Äh, ja, ähm... Hallo? Ah, so. Es gibt gerade so ein bisschen Licht. Ist ganz okay. Äh, ja. Dann weiß ich auch schon, was wir damit anstellen können. Hallo? 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 Kommt da noch wer? Hallo? Na nun? Wieso willst du jetzt nicht, hä? Was ist das hier für eine Verarsche? Das Minecraft auch ab und zu was checkt? Machen wir das mal hier ab. Genau das will ich nur da drüben. Na, willst du nicht weiter, oder wat? Ach, Jesus. Christ. Dann nicht. Müssen wir das halt anders machen. Oh nein, sag mir nicht, dass dies eine Sackgasse ist. Sonst dient es ja nur als Haus. Toll. Unser schöner Cave-Dungeon hier ist in echt nur eine Sackgasse. Das ist ja mal gut. Na ja, wenigstens haben wir schon viel Eisen. Darauf kommt es ja an. Dann suchen wir uns ja gleich sofort eine neue Cave, wo wir reingehen können. Wo wir reingehen können. Wenn hier hinter dem Gravel nichts ist, dann... Dann leck mich doch am allerwertesten. Hm, so. Naja, ist trotzdem ein hübsches Häuschen hier. Einigermaßen. Kann man ja noch verbessern. Schade eigentlich. Wie viel Wurst ist es? Tageszeit. Gut. Dann würde ich nochmal hier schnell mein Fleisch rauspacken. Hoffentlich wird es hier nicht gerade Nacht. Da hinten im Dungeon, wo sich das Skelett angegriffen hat. Ich könnte da ja... ...weiter bauen. Hallo. Ich bin doch nur gekommen, um Hallo zu sagen. Ach, verreckt doch. Also, in dieser Map gibt es auf jeden Fall viele Mineralien. Und es scheint eine hübsche Cave zu sein. So, sag ich mal, hier bauen wir auch ein kleines Hauptquartier hin. Schaden tut's ja nicht. Wirklich. So. So. Tralali. Tralala. Tralalö. So. Und damit man hier... So. Das dürfte hier schon so gehen. So. Bauen wir uns hier nochmal das Eisen ab. Das brauchen wir ja. Und damit ihr es wisst, ich habe eigentlich nicht immer so ein Glück. Aber trotzdem habe ich immer gleich am Anfang Eisen und oft auch schon eine Rüstung aus Eisen. Dies kommt aber auch nur, weil ich halt nicht sehr viel Zeit anbauen und architektisch da am Bauen bin. Ab und zu. Aber die meiste Zeit verbringe ich an Game in den Dungeons. Und ja, halt. Deswegen mochte ich dieses neue Update mit den Strongholds sehr. Hab noch keinen gefunden. Leider. Ja, dennoch hoffe ich, dass wir in diesem Let's Play vielleicht mit ein bisschen Glück, wer weiß, hier noch unseren, ja, unser Glück haben und ein Stronghold finden. Und vielleicht sogar Enderman Portal ohne Cheaten. Und können ja vielleicht dann auch sogar in Enderman ins In The End gehen. Das wäre auch schon ein super, duper Minecraft Let's Play. Läuft der Creeper hier immer noch durch die Gegend. Creeper. Creepermann. Weg. Fliege. 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 Yeah, TNT. Ich weiß schon, was von Staros... Ja, das sieht aus wie ein Dungeon. Es riecht auch wie ein Dungeon. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr jetzt die neueste Smell-Card in euren PC installiert habt. Oder erneuert habt mit den ganzen Düften. Dennoch riecht es hier ganz schön nach Dungeon. Ähm, ja. Oh nein. Was mache ich da? So, und ich sollte mal nach Hause gehen, da ich das Gefühl habe, dass es jetzt Nacht wird. Oder... Wo ist die Sonne? Es ist am Runtergehen. Ja, dann haben wir noch Zeit, ein bisschen Kohle sammeln zu gehen. Net war. Oder ein bisschen Eisen. Ja. All dies ist zwar zur Zeit nicht sehr spannend. und super duper reizend hier aber ich tue mein bestes hier aus guten let's play zu machen dann gehen wir da hinten zurück in unsere höhle um die nacht zu überleben schwert konnten wir leider noch nicht sehr viel benutzen hätten wir es ein bisschen mehr benutzt hätte ich gesagt kommen dann machen wir uns jetzt schon ein eisenschwert aber naja